Peace, Leute. Was gab's Kevin? Ich bin's Marvin. Heute reagieren wir auf TikToks von uns. Wir haben lange nicht mehr reingeguckt. Ja, man. Lange Zeit ist vergangen. Seit dem letzten Teil gibt es neue Memes, Pranks oder sonst was über uns. Und ein paar Sachen sind ja viral gegangen. Genau. Viele von der Community haben was geschrieben. Genau. Manchmal bekommt man sogar auf der VU eins angezeigt von uns. Ganz random. Voll viral gegangen ist. Genau. Ganz random. Wir gucken uns alles an, was Neues über uns auf TikTok ist, was viral gegangen ist. Sehr gespannt. Auf jeden Fall, Leute, wenn ihr Clips habt und so, ballert TikTok damit zu. Genau. Dann reagieren wir vielleicht im nächsten Teil, wenn wir noch einen Teil machen, darauf. Genau. Für noch einen Teil. Wie viele Likes brauchen wir dafür? Leute, bei 10.000 Likes kommt der nächste Teil und vielleicht ist schon euer Edit oder was auch immer dabei. Genau. Für mehr TikTok-Reactions auf uns 10.000 Likes, Leute. Haut die voll. Dann kommt der nächste Teil. Dann kommt ein neuer Teil. Unterstellt TikToks über uns, Leute. Yes, sir. Dann reagieren wir vielleicht drauf. Okay. Wir haben jetzt hier Handy am Start. Wir machen das am Handy, weil am PC hängt TikTok immer irgendwie. Ja, ist irgendwie komisch. Ja, ist ein bisschen komisch. Auf jeden Fall starten wir einfach rein, ne? Wollte ich es sagen? Okay. Frank, was zum Edeka? Oh, Smack'em. Smack'em im Edeka. Oh, oh. Oh, Nuggets? Nuggets. Wenigstens Bio-Nuggets. Ey, wenigstens Bio-Nuggets. Sehr clean. Ja, mal wenigstens cleane Nuggets. Der Lehrer sagt, die Präsentation muss 10 Minuten lang sein. Ich und mein Bro zum Strecken. Zum Strecken, ja, ja. Guten Abend, Freunde. Guten Abend. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich auch. Tut mir leid, wenn ich manchmal jetzt Kreuzbüro oder ein bisschen Scheiß aussehe. Ich bin leicht erkältet. Einfach strecken den Vortrag. Einfach so anfangen, Alter. Ja, Mann, ey. Aufkrampf 10 Minuten. Ja, das waren... Warte, Lehrer. Warum seid ihr zu spät? Unsere Ausreden. Ich glaube, das waren 20 Jungs oder so. 20 Jungs. Und Erwachsene waren auch dabei. Mit Bart und allem. Ey, Alter, man hat das nichts zu tun, man hat, als sowas zu planen. Das ist das Traurigste der ganzen Tag. Das ist krass. Das nichts zu tun haben. Und deswegen will man sich auch zu sowas nicht äußern, weil das einfach... Alter, Alter. Witzig, Alter. Was die Captions immer ausmachen. Ja, Mann. Krass, Alter. Sowas geht einfach wie rein. Ja, Mann. P.O.V. Erster Tag. Alter. Schule nach den Ferien. Passt jetzt perfekt nach Winterferien. Der ganze Schulstoff aus dem Kopf, ey. Was kannst du dich an noch erinnern? An nichts. Also nicht an dieses... Das da... Wie hieß das noch? Der realisiert das alles von neu. Radiationskurven oder Grade? Das passt nochmal für ein Thema. Ich weiß es gar nicht. Oder diese eklige... Auch das ist aus meinem Kopf von der Schulze. Oder, ja, Mann. War auf jeden Fall was Krampfhaftes, ey. Mathe, sehr krampf. Ja, Mann. Which screen is real? Which screen is real? Ich glaube, der ist real. Ich glaube, der ist real. Ah, der echte kam gar nicht. Ich dachte, der echte kommt noch, ey. Ging das... Oh, der... Warte, der ging sogar in Amerika. Hier sind Englische gekommen. Ja, Mann. Ich glaube, in Amerika ging der auch. International, ne? Ja, deswegen. Die kennen das gar nicht. Genau, genau. Ja, das sind echt Ami-Komis hier. Was waren das bei Sounds? Das war ja alles künstlich. Dein Schreiber ja gar nicht. Ich kenne das auf einer YouTube-Video. Ja, ja, ja. Aber... Hatte was schreiben die überhaupt? Ich glaube, Fünfte. Der Letzte. Eigentlich ja keiner, ne? Ja, ist kein... Voila, man sieht gar nichts. Oh, Prankpost von früher Beste. Oh, das ist der Sekundenkleber-Prank. Da habe ich Calvin auf die Sekundenkleber draufgeschrieben. Ey, das war so als ganzen... ...Asshaare, Leute. Oh, oder... Das war hart. Selbst die Tage danach noch. So, wenn du jetzt pissen gehst... Ah, nee. Schön den... Bei mir wäre das so, natürlich. Bei ihm, glaube ich, so. Ja. Bei ihm so. Spaß. Auf jeden Fall setzen wir sich dann vielleicht auch hin. Ah, ganz gelegen. Ah, Morgan! Ah, das war doch... Das war doch ein anderer Prank. Ich glaube, da hatte ich... Ja, ja, genau, genau. Auch ein harter Prank. Genau, eklig. Ja, Mann. Crazy Toilettenpranks, Mann, damals. Und noch schöne Grüße an David. Du hast die Glocke aktiviert. Danke dafür. Wenn ihr auf uns begrüßt werden wollt, gebt dem Video einen Daumen hoch. Kanal abonnieren. Glocke aktivieren, ganz wichtig. Und schreibt einen Kommentar mit hechte Glocke aktiv oder ihr habt die Chance, jedem Video von uns gegrüßt und eingeblendet zu werden. Vielen Glück. Was ist das? Die Geschichte der Prankpost startet? Mit Straßenpranks? Genau, genau. Das war doch Mundgeruchprank. Ja? Melonenprank, Leute anspringen Prank oder so. Die sind fast schief. Das war ein Umarmenprank. Umarmenprank, ja. Leute umarmenprank. Pranken sich dann auch teilweise selber. Genau, dann fingen die Pranks an. Wir revolutionierten Deutschland. Was war das? Crashglas? Kannst du abdrücken. Drück mal. Das ist ein Video, ne? Ne, ne, es sind Bilder. Ich glaube Crashglas war das. Boah, Crashglas, genau. Ja, Rockys Nestle. Es war so krass zu dieser Prüche. Smackham. Legende, Legende. Hörten auf. Haben den Hauptkanal zu einem Gaming-Kal gemacht. Genau, Brownies war damals der Hauptkanal. Das war der erste Prank-Boss. Der hieß doch Prank-Boss eigentlich. Also der erste Kanal ever. Absoluter. Deswegen auch sehr episch auf diesen Kanal am Schatz. Genau, dann Gaming gemacht. Ist jetzt Brownies einfach. Der hieß doch mal Prank-Boss Gaming. Dann hieß er mal auch ganz kurz Arsum Airbus. Arsum Airbus. Unsere Arsum Airbus. Und jetzt Brownies. Jetzt Brownies. So bleibt der jetzt auch. Ja, Mann. Der hat viel durch, der Kanal auf jeden Fall. Aber er bleibt jetzt Gaming-Kanal. Und Leute, wir streamen dort sechs Mal die Woche. Also jeden Tag live außer Samstag. Checkt den auf jeden Fall ab. Immer gegen Abend. Immer abends live. Und jeden Tag kommt ein Upload. Also jeden Tag. Genau, jeden Tag kommen die Videos rausgeschnitten. Schön, für die, die den Stream verpassen oder sonst was. Genau. Die sich für Gaming interessieren, checkt es auf jeden Fall ab. Ja, Mann. Sind wir immer am Start. Ja, Mann. Gerade hauptsächlich Fortnite und Horror-Games zocken wir. Yes. Also macht richtig Bock. Ja, Mann. Wir haben schon eine kleine Community. Und seid auch gerne Teil davon. Und checkt auch gerne unsere Merch-Shop ab. Da haben wir auch eine Brownie-Kollektion. Genau. Passend zu dem Gaming-Kanal. Ja, Mann. Checkt es gerne ab. Ist in der Beschreibung verlinkt, Leute. Yes, sir. Okay, wir gucken weiter unsere Geschichte. Ja, haben wir gemacht. Und starteten durch. Ja, Mann. Mit 24-Stunden-Videos. Da haben wir dann den 2-Kanal gegründet. Mit Challenges und so. Ja, Mann. Ey, guck mal, das ist einfach eine Schüssel mit Essen. Genau. Das ist der Jetsi-Kanal, wo wir hier sind. Genau. Den haben wir gegründet. Ja, Mann. Das war 24 Stunden auf Toilette. Oh, stimmt. 24 Stunden AMG. Oh, krass. Drei Nachts-Videos. Oh, das ist sogar ein relativ aktuelles. Oh, ja, Mann. Und natürlich Game Master, ja, Mann. Der hat auch mies gehypt, ja, Mann. Richtig viele Teile schon. Gummibus echt essen. Boah, das war legendär. Oh, legendär. Da haben wir alles durchgenommen, Mann. Ja, Mann. Über 25 Teile, oder? Ja, Mann. Weil wir wollten eigentlich gerne weitermachen, aber irgendwann kannst du... Man, gehen eben die Sachen aus. Du kannst nichts Rast mehr bestellen. Genau. Man müsste jetzt, keine Ahnung, nach China oder so, um da wilde Sachen zu bekommen. Ganz verrücktes, ja, Mann. Wir machten auch Challenges gegeneinander. Stimmt. Und brachten auch ihre eigenen Merch raus. Yes, sir. Yes, yes, yes. Ihre Merch hat sich gut verkauft. Sie brachten mehr raus. Let's go. Doch der Gaming-Kanal ist seit einem Jahr tot. Aber jetzt ist er wieder am Start. Jetzt ist er am Leben und er bleibt für immer am Leben. Genau, das war noch am 8. Oh, ja. Genau, da haben wir jetzt Detember wieder angefangen. Genau. Also fing an mit ASMR an. Ja, Mann. ASMR, Bros. Der hat alles mitbekommen. Ja, Mann. Wir machten weiter mit dem Game Master. Die Geschichte der Goats. Aber nicht schlecht. Also die war echt schon sehr vollständig, die Geschichte. Ja, ja, also alles drin. Was ist das hier? Fortnite? Alter, einfach ein Fortnite-Log. Ich kenne das. Oder was? Das waren doch richtige OG-Teile. Bro. Ey, wie witzig. Ey, wie kreativ der ist. Ja, Mann. Einmal mit Game Master. Ich kenne das. Ich kenne das. Ich kenne das. Und unsere alten Skins. Unsere alten Glatzköpfe. Und du doch ohne Bade. Ja, Mann. Einmal mit Game Master. Prankmos in deren Primzeit. Eierkopf am Start. Ja, Mann. Eierkopf und komplett rasiert. Ja, Mann. Einfach alte Bilder von uns. Ja, Mann. Du, noch in der Ausbildung oder war das? Ja, das war Ausbildung hier. Das war sogar da, wo die Duschen und so waren. Hier sind die Duschen im Mittaginn. Krass. Ja, Mann. Harte Zeit. K46. Ja, Mann. K46. Wir waren im gleichen Werk, aber wir hatten gleich ein Duschen und so. Ja, Mann. Ein richtiger Bunker, ey. Ein Artcore-Bunker. Boah, ja, Mann. Da waren wir doch immer in der Stadt und so. Ja. Da, wo? Da waren Streetpranks. Das war der beste Cam-Recorder für Streetpranks, weil der hat so einen fetten Zoom. Ja, Mann. Der hatte so einen Zoom. Das hat auch einen Vibe. Auch die Pranks hat da einen Vibe. Ja, genau. Voll. Das sind diese alte Cam-Recorder-Vibes. Also, das muss man auch machen. Damit Pranks filmst du irgendwie einen Vibe, ne? Krass. Ich habe auch immer voll heftig recherchiert, bis wir die perfekte Kamera gefunden haben. Also, so praktische Kameras, also voll die Gedanken gemacht. Ja, Mann. Und ich weiß auch, dass dieses kleine Mikro da mit dem Teser immer so in die Brust geklebt und so. Ja. Stabil, damals schon stabil. Da, 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 hier. Leute, immer gepumpt. Also, wir sind schon immer mit Fitness zu programmen. Seit 15 pumpen wir, Leute. Deswegen, Leute, macht Fitness immer in eurem Leben. Ihr werdet es nie bereuen. Ja, Mann. Wir haben auch ein Programm, Leute. Wenn ihr gar keinen Plan ab von Fitness und sonst was, keine Gains macht, Leute, checkt den ab. Ist in der Beschreibung verlinkt. GetYourDreamParty.com. Genau, Leute. Wenn ihr den verfolgt, macht ihr auf jeden Fall Gains, Leute. Yes, Leute. Und, wie gesagt, nehmt euch Vorbilder, wo ihr auch seht, die machen Fitness. Genau, und die haben einen stabilen Körper. Dann wisst ihr Bescheid, Leute. Yes, sir. Ja, Mann. Ich würde sagen, das war es erst mal für den Teil. Also, wir haben echt... Haut die 10.000 Likes voll, dann machen wir einen neuen Teil. Oh, yes. Von den Reactions. Würde ich auch sagen. Ja, Mann. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Leute. Um nichts zu verpassen. Und ansonsten, bis zum nächsten Video. Peace. Und jetzt, bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF, 2020